Hi, heute werde ich Jessie Lusherie malen. Erstmal eine Skizze. Es ist nur eine Skizze, es wird noch besser. Irgendwie sieht das Gesicht nicht besser aus. Das ist nur eine Skizze. 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 Langsam gefällt es, mir wirklich sehr. Ich weiß, dass es braun war, aber irgendwie sieht es so besser aus. Wisst ihr schon, was das wird? Ein Kakao. S Nr. 1, S Nr. 2, S Nr. 3 und S Nr. 4. Das ist so schön geworden. Jetzt noch umranden. Das ist so schön geworden. Das ist so schön geworden. Dort steht, weil Glitzer alles besser macht. Das ist so schön geworden. Das ist so schön geworden. Ich bin fertig. Ich muss sagen, das ist richtig schön geworden. Ich hoffe, sie sieht es. Ich werde versuchen, es ihr zu schicken. Vielen Dank an alle, die sich dieses Video bis zum Ende eingeguckt haben. Bis zum nächsten Mal.